Moin Moin Kinder und Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Ich habe gerade jetzt ein paar Minuten ein bisschen... Also ich habe hier gepennt, mein Inventar geleert, noch ein bisschen Fleisch gebraten, damit das nicht so langweilig wird. Letzte Folge haben wir gereimt. Und mal wieder unsere Hunde verloren. Ich sag's euch, diese Inseln sind einfach nur der Shit, ey. Die sehen geil aus, das will ich gar nicht sagen. Aber das ist natürlich recht ungünstig. Ich werde jetzt mal hier an die Küste fahren in der Hoffnung, dass vielleicht noch unsere Hunde nachspawnen. Weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das jetzt so der Ort für die wäre zum Nachspawn. Gut, das sieht nicht danach aus. Naja, so ist das halt. Aber das Gute ist, wir sind jetzt in so einem Fichtenwald. Was natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, wieder ein paar Hundis zu finden. Aber ich weiß gar nicht, ob ich mir neue wieder mitnehmen würde. Das ist doch so nervig. Ich meine, ihr habt's ja gesehen. Ich hab's wirklich versucht, die immer mitzunehmen. Aber manchmal geht das nicht. Ich meine, man muss mal wirklich von einer Insel ein bisschen weiter zur nächsten fahren. Und dann kommen die natürlich nicht hinterher. Und das ist immer ein bisschen doof. Hier sind eine Menge Schweinchen. Wollte mal grad gucken. 378... Also irgendwie... Irgendwie kommen wir auch nicht so wirklich voran. Das drückt mich auch mal so ein bisschen auf. Warte mal, wohin bewegen wir uns denn? Manchmal gehen wir hier auch wieder... Okay, in die Richtung bewegen wir uns gar nicht. Na gut, bleiben wir mal dabei. Bleiben wir dabei. Ja, ein Kompass wäre vielleicht nicht schlecht. Dann könnten wir uns einfach immer in die entgegengesetzte Richtung des Bonds bewegen. Hm. Na ja, die Sache ist, ich würde halt gerne ausschließen, die gleichen Orte... die gleichen Orte nochmal zu bereisen. Weil das ja total sinnlos ist. Denn ich fürchte, wir werden schon ein Stückchen auch reisen müssen. Um halt auf gewünschte Biome zu treffen. In diesem Fall ja ein Dschungel. Aber irgendwie passiert da nichts. Okay, nice, ich weiß es doch auch nicht. Lass'n wir mal kurz schauen. Also da geht's zumindest, ähm, dat... Genau, Facing North. Also vielleicht zähle ich mal ein bisschen mehr in die Richtung. Ein bisschen so schräg vielleicht. Ich glaube, da werde ich am ehesten... auf neue Gefilde treffen, hoffentlich. Keine Ahnung. Ich meine, ich habe unsere Koordinaten vorher nicht so im Auge gehabt. Eigentlich gewollt. Es wäre vielleicht besser gewesen, wenn wir da auch ein bisschen drauf geschaut hätten. Dann hätte ich auf jeden Fall eine längere Strecke jetzt schon zurückliegen können. Was natürlich nicht zwangsläufig heißen muss, dass wir dann ein gewünschtes Biome gefunden hätten. Oder halt überhaupt irgendwas Neues. Wie ich ja schon in der letzten Folge gesagt habe, aber es ist wirklich total oft so, dass man, ähm... Diese Blumen so kommt mir auch bekannt vor. Da waren wir doch erst letzte Folge, ne? Boah... Das ist schon alles ein bisschen ungeil hier. So, wir fahren jetzt einfach ein bisschen in die Richtung. Ne, da war ich auf jeden Fall. Ich glaube, da bin ich da in die Richtung als ein bisschen mehr gefahren. Jetzt versuchen wir mal quer hier hinzufahren. Mal sehen, die Zahlen werden niedriger. Ja, das ist gut. Das ist jetzt die Richtung, in die wir fahren. Einfach straight durch. Scheiß drauf. Ich meine, ich sag mal so, wenn ich unbedingt Hundis haben möchte, werde ich auch da irgendwo ne... Alter, die Qualne, die waren jetzt aber auch grad ein bisschen tricky. Werde ich auf jeden Fall auch da eine... Auch da eine Möglichkeit finden, welche zu bekommen. Hoffe ich zumindest. Und die Hoffnung ist groß. Boah, hier lädt wieder eine ganze Menge nach. Schön. Und wir fahren. Ja gut, das musste ja irgendwann passieren. So, jetzt geht es wieder. Yeah. Also ich werde diese Schusslecks auch rigoros einfach mal rausschneiden. Das ist mir einfach zu blöd, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, woran es liegt. Ich werde vielleicht mal nächste Folge versuchen, komplett ohne Texture Packs zu spielen. Ob das vielleicht irgendwelche Änderungen bewirkt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist mein Rechner auch einfach zu schlecht. Ich bin ja immer noch in freudiger Erwartung eines neuen. Aber ich will ein bisschen abwarten, um möglichst das Maximum auch rauszuholen. Man sollte ja meinen, dass Minecraft nicht so ressourcenlastig ist, aber tatsächlich ist es das. Ab und an schon. Ab und an. Ab und an. Boah, Alter. Die Seefahrt hier ist echt ein Spaß ohne Gleiche nur. Man versteht nicht, warum ich mich gerade so langsam hier bewege. So lang und langsam. So ein Kackmist. Das... Im Endeffekt habe ich auch voll viel... Holy shit. Was ist da gerade passiert? Auf einmal war ich da. Das nenne ich mal Teleportation. Bin ich jetzt so einigermaßen weit gekommen? Sieht ganz so aus. Okay, mein Boot ist jetzt kaputt, egal Äh, ja Ja, ich, äh Ich sag einfach mal nichts dazu Oder würdet ihr was dazu sagen? Ich weiß es, ich, ich, ich werd's nicht Ich werde mich dann zurückhalten Ja, wie gesagt, nächste Folge schaue ich nochmal rein Dass ich vielleicht wenigstens mal eine Folge versuche Ohne Texture Pack zu spielen Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass es daran liegt Aber ich werd's trotzdem versuchen und alles mögliche Weil ich, ich mein, ich hab ja schon, sonst schon, äh Äh, doch versucht, das eine oder andere Zu switchen Einfach damit das Spiel glatt läuft Kann's euch auch nicht sagen Ich mein, es passiert auch teilweise Fahre ich überhaupt richtig jetzt? Ja, ähm Naja, nicht ganz Hier verlieren wir wieder ein bisschen Nein Ja, das ist richtig Gut Ähm Weiß ich gar nicht mehr, wo ich war Ach ja, genau, Texture Pack Keine Ahnung, ob das irgendwelchen Einfluss darauf hat Wir probieren's auf jeden Fall mal aus Oh, hört ihr das? Wir sind bei dem Tempel Hoffentlich krieg ich nicht gleich den Debuff, äh Lasst mich, ich will nichts von euch Oh, fuck Du dummer Hurensohne Wär toll auch noch für 5 Minuten, ja Ich frag mich, ob der, ob der, ob der, ähm Debuff weggeht, wenn ich mich ein bisschen davon entferne Ne, anscheinend nicht Oh man, so ne Wichser, ey Ich will doch gar nix von euch So, natürlich Wissen Sie, es ist so geil Ich finde, ich, ich wette, wenn ich tagsüber fahre Es ist wahrscheinlich nur Ozean vor mir Aber sobald es Nacht wird Dann muss natürlich irgendwann wieder Festland kommen Das ist leider für mich auch ein bisschen scheiße zu umgehen jetzt Ja, das Geilste ist auch noch, dass ich mein Boot nicht abbauen kann, ne Wegen diesem fucking Debuff Ich sag mal, läuft heute eigentlich alles schief, oder wie sehe ich das? Ach, da ist ein Enderman Oh, da wird das Boot auch gleich kaputt machen, ne Wusch Hilfe! Und ich mach es schon wieder, ich wandere schon wieder durch Nacht und Nebel Was soll ich machen? Ist immer wieder dasselbe Interessant ist, by the way auch Auch wenn ihr euer scheiß Boot mit irgendwelchen anderen Holzsorten baut Ihr kriegt immer, wenn es kaputt geht, halt Eichenholz Äh, wieder zurück Also vielleicht auch ein kleiner Cheat, wenn man nur anderes Holz hat Dann auf Eichenholz zu kommen Jetzt gab es schon wieder einen kleinen Aussetzer Das macht doch so keinen Spaß Boah, warum muss ich das nachher wieder synchronisieren und alles, ey Das riecht mich halt so auf, weil ich das Problem mit anderen Spielen so gar nicht habe Das ist richtig nervig Naja, was willst du machen? Obwohl, bei Set of Decay hat das Problem auch, ne Aber richtig hart manchmal Ne, ich glaube, dass tatsächlich meine Hardware daran schuld ist Oh Ich beeile mich jetzt besser Äh, äh, äh Autsch Was für eine Arschlochspinne, ganz im Ernst Was hast du davon? So, ich hoffe, hier haben wir keinen Keinen Foe Zwölf Stück wollte ich nicht bauen, aber ist ja egal Abbaulähmung Okay, ist gut Ich habe glücklicherweise genug Chorls Kann ich mir jederzeit einen neuen Tisch bauen Ich werde das jetzt einfach mal ignorieren So, wir wollen mal gucken, ob wir noch immer auf der richtigen Pferde sind Ja, das sieht sehr gut aus Jetzt sind wir eigentlich im Deep Ocean Wie man an dieser wunderbaren Blumeninsel da drüben sieht Oh, es ist schon richtig prächtig Oh, ein schwimmender Creeper Richtiges Arschloch Ich hoffe, du ertrinkst Von mir gibt es definitiv keine Erste Hilfe Das kann ich dir jetzt schon sagen, Freundchen Zumindest haben wir jetzt wieder ein bisschen freien Ozean, auf dem wir fahren können Ich finde diese nächtlichen Ozeanfahrten ja immer sehr entspannend Weil auch immer ein kleiner Funke Hoffnung da ist Dass man vielleicht auf einer Insel oder ein Festland trifft Dass ein ganz tolles Biom hat Wie Dschungel zum Beispiel Will doch nur meinen Dschungel haben Wieso gebt ihr mir den nicht? Gief Dschungel, please Kann ich ein paar Dschungel? Richtiger Dummkopf So, ähm Also wir sehen hier hin und wieder ein paar kleine Fitzel Hat wieder einen fetten Leck am Start Läuft Läuft einfach total bei diesem Spiel Jetzt zieht sich das schon wieder hin Ich werde wahrscheinlich gleich wieder irgendwie da hinten hingeportet Und da wird mein Boot zu schellen Weil es ja so super lustig ist Ich weiß nicht, von welcher Seite wir diese Insel umfahren sollten Schwierig Okay, das war anscheinend die falsche Wahl Zumindest habe ich die Abbaulähmung nicht mehr Auch wenn ich da hinten schon wieder so ein scheiß Ozeanmonument sehe Lassen Sie sich mit den scheiß Dingern auch nicht lumpen Ich meine, gut, es ist neuer Content Natürlich wollen viele Leute Ähm Wusch Wollen viele Leute vor allem erstmal Dort ein bisschen Action haben Wisst ihr, ich dachte wirklich Es wäre jetzt hier vorbei Und ich müsste nicht mehr mit dem Boot fahren Oh, nein, 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 nein Ihr bleibt mal schön da Gebt mir nicht nochmal eine Abbaulähmung Sonst raste ich wirklich aus Da drüben sehe ich nur Creeper Ich sehe nur Creeper Mein Boot habe ich kaputt gemacht Warum auch immer Und jetzt wobble ich da drüben ein bisschen hin Das sind einfach die Träume, die immer wahr werden Verpiss dich Hier schwimme ich gerade Vielleicht hätte ich mich einfach mal Zur Ruhe setzen sollen Ne kleine Stadt bauen Mehrere Städte bauen Ein cooles Schienennetz, um die zu verbinden Das wäre sicherlich toll gewesen Aber auch nicht so geil und abenteuerlich Muss man einfach mal sagen Und ihr hättet nicht so eine Aussicht Das sei denn natürlich Ihr werdet irgendwo hingegangen Wo so eine Aussicht bestehen würde für euch Ähm Was ich damit sagen will Ein Abenteurer zu sein Ist einfach spaßig Man sieht viele coole Dinge Aber es nervt auch Soviel dazu Ist auch vielen Dank bis zu schauen Und bis zur nächsten Folge von Let's play Minecraft Auf Wiedersehen